Navigatorin Colette, der neue Skin. Wie sieht er aus? Wann kommt er? Und was wird er kosten? Der neue Skin für Colette. Im Spiel wirft sie kleine blaue Herzen. Die sehen ähnlich aus wie die bisherigen normalen Herzen. Der Effekt beim Aufprall ist aber anders. Die Ulti ist fast identisch zur normalen Ulti. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Wenn sie gewinnt, dann freut sie sich und wirbelt ihr digitales Buch herum. Wenn sie verliert, dann lässt sie sich auf den Rücken fallen, aber oh nein, halt. Sie klammert sich natürlich immer noch an ihrem Buch fest. Geplant ist sie am 5. Februar und sie wird 79 Gems kosten. Was meinst du zu Navigatorin Colette? Gefällt sie dir? Falls du sie dir gönnst, nicht vergessen, Creator Code Chief Avalon. Ich hoffe, ich vergesse den nicht wieder.